Was wollte ich noch in den Ressort ablegen? Das brauchen wir nicht. Wieder fünf Schlüssel. Und praktische Schlüssel eigentlich gar nicht mehr, gell? Oh, da kannst du... Und Sparrow. Jetzt habe ich neun von den Vorhutrufbooster. Und Urteilsrufbooster habe ich auch. Zwei Stück. Und zwar für den Schmelzschädel, weil ich die brauche. Ja, die werde ich jetzt noch mal rausgehen und dann abgeben, weil die brauche ich nicht. Weg damit den Scheiß. Ach, die kannst du bloß benutzen. Kannst nicht abgeben. Nein, die Booster, die kannst du bloß benutzen. Nicht abgeben. Brauchen wir nicht. Lassen wir gleich durchlaufen. So. Habe ich da noch was aufgehoben? Ja, das brauche ich nicht. Obwohl... Ja, den nehmen wir mal auf. Ja, ja. Ein Krampf. Na spinnst du, ich geh nicht in den Schmelztügel. Ich hau den Booster so raus. Pff, juckt mich nicht. Ja, den habe ich. Den habe ich auch leer. Hier habe ich auch leer. Hier ist das. Das war's für heute. Was? Also habe ich erst 13 nicht erwischt. Nach Lehrdefähigkeit muss ich auch einsetzen. Dann bin ich schon wieder falsch, muss ich es so wieder umstellen. Egal. Ist doch egal. Ja, schauen wir mal, wie wir uns ausstellen. Die Granate lott schneller auf. Berserker ist nicht gut. Berserker ist gar nicht gut. Berserker ist, dass die Gegner nicht zurückweichen. Selbst wenn sie schwer getroffen sind. Eben, da kriege ich ein paar auf die Eier. Schauen wir mal, was das heute ist. Das Gefängnis der Alten. Das Gefängnis der Alten. Die Schar! Er der Depp schon wieder, mann! Der Feuerhebenspeier! Ich hab ja eh leere Fähigkeit drin jetzt! Der Feuerhebenspeier! Wollt ihr ihn? Der ist ja fachbar jetzt ja. Ja, hat er mich schon erwischt, hat er mich schon erwischt, aber ich bin günstig vom Eingang. 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 Ich bin günstig vom Eingang.